In den letzten Wochen sind in sozialen Netzen Vergleiche zwischen den gemeldeten Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen und allen anderen Impfungen der letzten Jahrzehnte gezogen worden. Demnach habe es zwischen 2003 und 2019 in Deutschland bei 625 Millionen Impfdosen 456 Todesfälle gegeben. Die über 92 Millionen Corona-Impfdosen hätten dagegen viel mehr Todesfälle gebracht, so die Behauptung. Impfkritiker sprechen von erschreckenden Daten. Bei den Zahlen handelt es sich um gemeldete Todesfälle in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung. Sicherheitsbedenken lassen sich nicht daraus ableiten. Dem aktuellen Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts zur Folge gibt es in Deutschland 1450 Verdachtsfallmeldungen von Todesfällen nach der Corona-Impfung. Dem vorherigen Bericht zur Folge wird nur in 48 Fällen ein ursächlicher Zusammenhang mit der Impfung für möglich oder wahrscheinlich gehalten. Das entspricht einem Fall pro zwei Millionen Geimpfter. Die große Anzahl an Impfungen in einem kurzen Zeitraum, die Personengruppen sowie das große öffentliche Interesse an den neuen Corona-Impfungen müssen in die Beurteilung einfließen. So wie in Österreich das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen veröffentlicht auch das deutsche Paul-Ehrlich-Institut in regelmäßigen Abständen Berichte über alle in Deutschland gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen, Impfkomplikationen und Todesfällen, die in zeitlichem Zusammenhang zur Corona-Impfung stehen. Einige Impfkritiker beziehen sich zuletzt auf einen Bericht vom 19. August 2021. Dem Bericht zufolge lagen bis dahin 1254 Meldungen über einen tödlichen Ausgang in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Corona-Impfung vor. Aktuell sind es 1450 Verdachtsfallmeldungen von Todesfällen. Die nackte Zahl an Verdachtsfallmeldungen erlaubt jedoch keine Aussage über mögliche Risiken der Impfstoffe. Wie sich den Bericht zudem entnehmen lässt, ist nur in 48 Fällen ein ursächlicher Zusammenhang des Todesfalls mit der Impfung möglich oder wahrscheinlich. Nichts deutet auf eine insgesamt erhöhte Sterblichkeit nach der Gabe der Impfstoffe hin. Viele Schlussfolgerungen sind falsch und irreführend. Auch muss die Personengruppe berücksichtigt werden. Zu Beginn der Impfkampagne sind vorwiegend ältere Menschen und solche mit schweren Vorerkrankungen geimpft worden. Daher war damit zu rechnen, dass es eine gewisse Anzahl von zufälligen Todesfällen gibt. Auch müsste damit gerechnet werden, dass einige Menschen eben zufällig nach der Impfung sterben, die aber auch ohne Impfung zu diesem Zeitpunkt gestorben wären. Zusammenfassend gilt, dass um sich über die Sicherheit der Impfstoffe und deren Nutzen-Risikoprofil informieren zu wollen, nur verlässliche Quellen wie die Sicherheitsberichte des Paul-Ehrlich-Instituts genutzt werden sollten. Alleine die Zahl von Verdachtsfallmeldungen sei für Auswertungen zur Sicherheit von Impfstoffen nicht geeignet. Neben dem Paul-Ehrlich-Institut und dem BASG überwachen auch andere Institutionen laufend die Sicherheit von Corona-Impfstoffen. Auf EU-Ebene etwa die Europäische Arzneimittelagentur EMA, in den USA die Behörde Centers of Disease Control and Prevention CDC und in Großbritannien die Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA.